Hey Leute, was geht ab? Euer Pax United ist am Start und heute gibt es 4 Stickertütchen der Panini FIFA 365 Sticker Serie. Und ich würde einfach mal sagen, fangen wir gleich mit dem ersten Tütchen an. Letztes Mal hatte ich ja ein paar Sticker eingeklebt, euch hat das Video gefallen und ich muss mal schauen, ob ich es wieder mache mit diesen paar Stickern. Dann muss ich mal schauen, auf jeden Fall fangen wir hier an mit den 3 Porto Black Stickern und den Code bekommt ihr natürlich wieder, den brauche ich ja wie gesagt nicht. Würde mich auch mal interessieren, ob ihn überhaupt einer eingelöst hat, weil bei den letzten Unboxing habe ich die Codes immer gezeigt. Hier haben wir definitiv einmal André André, dann noch Ruben Neves und Gianelli im Bula. Als ersten Sticker, dann haben wir Barcelona im Jahre 2011 und dann noch den FC Bayern München im Jahre 2013. Dann haben wir hier 2 Spieler von AC Mailand, einmal Jeremy Menez und Alessio Ciacci, den Italiener. Dann 2 Spieler von Juventus Turin, Martin Caceres und Andrea Basagli. Und zu guter Letzt noch 2 Spieler von welcher Verein, welcher Verein, welcher Verein, River Plate, einmal Marcelo Baro Vero und einmal Eda Balanta. Ja, und das war auch das erste Stickertütchen. Schauen, was wir hier so im zweiten ziehen. Da haben wir, sehr nice, der Pokal der U20 Weltmeisterschaft. Richtig coole Sache. Sticker Nummer 34, hier der Online-Code. Einmal pausieren das Video und dann bekommt ihr den. Online-Code Kalatasaray bei einem Torjubil. Hier haben wir, äh, ja, gute Frage, wen wir haben. Hier haben wir auf jeden Fall Umut, Bulut und Sneijder. Dahinten haben wir noch 2 Schalker Spieler, nämlich einmal Cola Sinac und Roman Neustädter mit seiner geilen Frisur. Erstmal eine Dauerwelle gemacht, der Typ. Dann noch Olympic Marcel, Mannschaftsfoto, linke Hälfte und dann noch von River Plate bis zu Luschi, Luschi, Busi Luschi, Luschi, Jujabuja, Jujabuja. Ihr wisst schon, was ich meine, hier seht ihr den Namen. Und Solari. Und dann sind wir auch schon beim dritten Stickertütchen. Und da haben wir doch mal wieder so einen geilen Dreiersticker, Blacksticker, wie ich sie nenne. Die machen einfach mega Bock, diese einzuklemen. Einmal Gianluigi, Buffon, Chiellini und Claudio Marchisio von Juventus Turin. Hier wieder mal den Online-Code Ajax Amsterdam, Milik und Viktor Fischer. Genau. Dann von Flamengo, Parra und Wallis. Von dem Verein Pinarol haben wir Novik und Aguilar. Und dann zu guter Letzt von Club America, Guero und Marien. Natürlich nicht zu vergleichen mit Marco Marien. Aha. Sehr guter Witz. Hier haben wir das letzte Stickertütchen. Und was haben wir da so Schönes bekommen? Das Mannschaftsfoto von Kolumbien. Wieso ist es Gold? 854 Gold. Ach, wahrscheinlich hier die besten 10 Mannschaften oder sowas. Gibt es auch auf der letzten Seite Kolumbien. Deswegen 854 hier. Und hier der Online-Code. Zack, boom. Pinarol. Mannschaftsfoto. Wo ich natürlich keinen Spieler von kenne. Was ist das für ein Sticker? Die Weltkarte. Sticker Nummer... Upsala. Sticker Nummer 2. Auch cool. Auch noch nie gesehen gehabt. Dann Ajax Amsterdam. Torjubel. Und zu guter Letzt noch zwei Portrait-Sticker. Einmal von Grane Witter und Carlos Sanchez von River Plate. Und das waren die vier Stickertütchen. Ja, mir hat es wieder richtig viel Spaß gemacht, diese zu öffnen. Diese werde ich jetzt gleich einkleben. Muss ich mal schauen, ob ich das Ganze filme und wieder mit Musik hinterlege. Muss ich mal schauen. Ich bedanke mich dann auf jeden Fall fürs Zuschauen. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Und dann würde ich sagen, haut rein. Euer Bexner, das ist raus. Tschüssigowski. Und ciao. Ciao.